Schrei doch nicht so! Naked in die Stadt rennen! Du hast aber was an! Einen komischen roten Fummel! Mein ausrüstungsmäßig! Achso! Echt! Echt! Obwohl ausziehen würde es gehen, würde ich jetzt auch naked da rein laufen! Oh ja! Das wäre super! Da könntest du einer Flitzer machen! Läufst du durch die wohl behinderte Stadt? Toll! Sieh einfach mal nackt durch die Gegend! Ich bekomme direkt deinen Zombie ab und der hockt mich ja noch! Ein Hut! Wir sind gleich an der Baustelle, ne? Oh, böse böse Hackererinnerung! Hier ist eine Gasmaske für dich! Ich hab einen Helm mit Turban! Ich hab nen Hut! Der passt so super zu meinem Outfit! Oh ja! Los komm, weiter! Was frisst uns noch der Buri-Man? Oh man, das werden ja auch nicht weniger! Es werden immer mehr! Wow! Das Zelt ist, glaub ich, acht Stück jetzt hinterher gelaufen! Ah, jetzt sind die hinter mir her! Mein Gott, hier nicht entlang laufen! Du bist in der Sackgaste! Du bist in der Sackgaste! Du bist in der Sackgaste! Also ein Zweck ist ja zu gucken... Wow! Hier liegt eine hier drinnen direkt! Ja, hier ist ein Toter gewesen! Hier liegen voll viel Rucksack und alles! Ich locke die alle weg! Ich locke die alle weg! Scheiße! Deine Zombie ist schneller als ich! Warte! Hier, warte! Ja! Du musst die Zombies mal für mich ablenken! Aua! Hol dir die Schroffschild und ballern sie weg! Wow! Wow! Ne Hammer hab ich bekommen, aber ich bin fast tot! Ey, wie viel du an dir dran hast! Setz dich irgendwo rauf! Wie ich auch! Ich beobachte dich! Haha! Der steht da auch! Kannst du jetzt nicht die Waffe holen? Ja, wenn du jetzt wieder hinrennst! Es ist zu spät! Ja komm hier hoch! Zu mir! Hab ich mir vor! Weil die verschwinden aber auf jeden Fall! Ich hab einen Hammer auf jeden Fall! Gut geschlagen! Ja! Vorsicht! Sonst baggen die sich hier hoch! Würde ich nicht tun! Wir müssen die weggehen! Haute die da einfach weg! Ja! Ja! Das sind viele Leute! Hier sind noch welche! Hier sind noch welche! Links! Soll ich schießen? Aua! Aua! Ich hab kaum noch Leben! Ich kann auch nicht mehr rennen jetzt! Wecker! 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 Lass mich tot gehauen! Ich hab aufgehört zu schlagen! Ne! Eton bei Zombie! Ja! Das war's dann! Ja! Das war's dann! So! Komm sag wie! Ich konnte noch nicht mehr rennen! Ich konnte mich auch nicht mehr umdrehen! Wie soll ich denn den nächsten nennen? Den letzten! Ich nenne den jetzt so! Mit Bindestrich dazwischen? Oder mit Leertaste? Den Senior Watt! Ja! Du kannst was haben! Ja! Wie denn? Mit Bindestrich oder Minus oder? Vorne Bindestrich! Einfach nur mit Leertaste! Vorne Bindestrich! Nachname! Ja! So! Machen wir mal hier ne Otze! I! I! Sieht die ähnlich aus! So! Äh! Play! Mal schauen! Ich hoffe, dass ich wieder da bei dir spawner! Na! Komm! Ich hab jetzt auch ein Large Pack! Ich müsste eigentlich in irgendeine Savezone rennen! Ja! Ich hab das gesehen! Allein wegen dem großen Rucksack! Ja! Ich hab den aber! Ich hab versucht da irgendwas aufzunehmen! Da hat der Zombie nämlich nochmal erwischt! Und ich war so runtergeschlagen, dass ich nicht mal mehr rennen konnte! Ja! Ich bin dann vorbeilaufen! Hab ich grad immer Bandagen und einen Hammer aufheben können! Da hab ich mir schon gedacht! Alter! Wie geil! Ich mein! Hammer! Hab ich den gekriegt! Ja! Beste glaub ich! Ah jawoll! Campus City! Sehr nice! Hause weg! Ja! Komm! Schieße weg! Die werden vom Zombie verprügelt! Die rennen gerade in die Stadt! Komm komm komm! Gib Gas! Ich bin grad schon! Ich hab auch noch 4 Shots! Wie sind die uns da entkommen? Keine Ahnung! Wir haben die komplett aus den Augen verloren hier! Wie eigentlich wenn man da Altier drückt auch den? Fakt, dass die verschwind... Das... Weiß ich nicht! Ganz zumindest hab ich gelesen Disconnect nehmen, den du halt alttappst und dann... Ja! Bin ich mal gespannt! Ob das gut geht, du! Achso, halt! Ne, wir müssen ja hier rüber! Ja! Ich würd dir ja gerne helfen, aber... ne? Kein Problem, ich brauch deine Hilfe nicht! Ich bin der Kerl hier! Bitch! Bitch, please! Da ist einer! Mir gegenüber! Hier! Da! Hau ihn weg! Hier! Rechts in dem Raum drinne! Guck guck! Ich hätte was da dabei! Welch eine Bedrohung! Und? Er war da! Oh, das ist Cedric! Natürlich! Ich kann sie auch schreiben! Bitch, please! Natürlich war der da! Hier sind Schuhe! Brauchst du noch neue Schuhe? Hm... Ne, ein neues Topf wär nicht schlecht! Gefällt dir deins nicht? Nein, das ist... Oder ein Kleidchen! Bitte ein kleines süßes Kleidchen! Brrrr! Unten kommt ein Wasser, äh... Unten kommt ein Wasser! Bitte! Ein Matschkopf kommt von unten ein, ja! I know! Wow! Der hat mich zweimal getroffen, weil der sich hochgebackt hat! Was geleckt hat! Ich hab dich mal... mit einem Ding bandagiert! Ist auch grad bandagiert! Nix hier, ey! Wann da... Ja, nur so'n schimmliges Wasser überall! Ja, dann will ich mal noch höher! Oh! Ey, nichts! Geh mal die Feuertreppe hoch! Geh mal die Feuertreppe hoch! Ich guck schon aus jedem Schalters Fenster, aber ich seh den nicht! da rechts laufen zombies rechtern spieler weg das war uns weggerannt wir rennen immer noch die zombies da hinten keine ahnung da hingewandt ist war da rechts das haben wir gehen nochmal schade weiter jetzt spielt mein ganzes traps weil avira aufgeploppt ist im hintergrund ich verliere gerade jeglichen bezug zum spiel ist wieder an die putze ist aber lange ausgehalten ist so erbärmlich dass die auch die männer eine frauenstimme haben männer stehen wo ist denn der typ hin ich konnte leider noch nicht rennen sonst hätte ich andere zombies gehabt da ist die sheriff station das ist doch fire station da vorne oder kann sein ich gehe nochmal zur sheriff station ich gehe nochmal zur sheriff station da vorne links an dem baum und rechts am baum auf den kümmer ich mich wenn der hier rumkommt die liegen da immer noch mit der pistole liegt er da war zu weit weg jetzt mit der pistole mitten auf dem feld einer lass uns rechts von der brücke lang ist drüber schnell aber da rechts an den baum einer einer am baum entfernen lassen einer rechts mit der pistole und links an den baum auch aber einer von denen ist tot lebt noch einer an den baum lassen sei lieber rechts die zwei holen glaube ich hier rum die waffe weg stellen ich für die ego perspektive ich habe nur noch drei schossen ja dann kann ich im neuen magazin kannst du nicht verwenden ich habe keine persone ich habe ak munition ich habe mich gefallen lassen wahrscheinlich akm ne naja ja der typ rechts kann uns trotzdem sehen ich gehe weiter auf der straße ach da ganz hinten der kriegt da hinten naja der will weg und einer liegt vorne an den bäumen der typ da hinten ist wahrscheinlich unbewaffnet oder der hat eine pistole ich meine der rechts der da auf dem der ganz hinten kriegt ja der hat eine pistole ok siehst du doch hat er an der hand ich habe ja kein fernglas um mir leid wie die leichenfledderei ach da hat jemand was geschrieben ok ja da steht noch da meinst du links oder was ja der links an den baum der ist noch gut bewaffnet der hat auch ein large big pack der hat mich noch nicht gesehen ich schleife mich von hinten an den ran der hock da der hat auch ne der hat ein m4 ein large big pack äh backpack ich hau den jetzt von der seite weg ey mach das mach das ich kann noch dichter gehen also ich find hier aus du hast ne ak das kannst du von dort aus versuchen ne ich geh noch dichter aber die seh dich nicht aber wenn soweit du denkst du triffst du ich geh richtig von hinten an ihn ran ich geh richtig von hinten an ihn ran ja so jetzt kann mir nichts mehr passieren habe ihn müssen wir aufpassen wo der andere ist wenn zwei sich streiten freut sich der dritte ist noch wo ist der andere typ hinter dem baum siehst du den ne der ist nicht mehr hinterm baum das war der baum hier nein 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 ah der liegt da noch nicht sehen an den baum direkt vor dir der baum also links von dir der baum der erste die erste tanne die da vor dir ist da liegt er und guckt zu mir meinst du hier in die richtung ich sehe dich jetzt gerade nicht mehr jetzt bist du in der bombe verschwunden genau hat er mich erledigt alter ja auch der hat irgendwann nur mir das gerade rumgespann ich wollte mich hinlegen und da hat er was weiß ich gerade gemacht der baum ist panzerrüstung large backpack alter der ist so gut getan scheiße bin fast tot war dann jemand oder was ja ich war gerade am anziehen und der hat mit der pistole auf mich geschossen der dreck sagt nach hinten war er auch noch sieben schuss wow noch einer oh fuck alter das sind vier leute das sind ganz viele leute hier ja dann entfernen raus ich nehme so viel mit wie ich gerade kann ich bin so glücklich meiner nähe so mal gucken 16 bullets 13 bullets oder keine waffe von denen ist voll nicht eine ich habe noch medien backpack auf meinen medien backpack habe ich auch noch ich habe noch nicht mehr 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 So, ich glaub mich aber gleich wieder in den 22er ein, äh, in den 88er, und guck, ob ich noch mehr Loot abstauben kann. Du hast mir in der S.A.S. geschrieben? Ja, schon Stunden her. Ja, seh ich. Warum? Na so? Willst du mal wieder den ersten Buchstaben des Alphabeten aufsagen? Genau. Aaaaaaahhh. Mann, 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 Mann. So, und quitten. Hmm. Ja, ja, ja. Alright. Ja, ja. Das war's. Ja, ja. Ich hab mich Sure.